Es ist wichtig, ob ich Sünde liebe, ob ich Laster zulasse oder ob ich sage, jetzt ist Schluss. Wenn ich zu Menschen spreche, die sagen, jetzt ist Schluss, habe ich eine sehr gute Nachricht für uns. Die Bibel sagt, wenn du einer bist, der sagt, ich will das nicht mehr, ich empfinde eine Bindung an meinem Bein und ich will das nicht mehr, diese Bindung hindert mein Zeugnis als Christ in meiner Stadt und ich will das nicht mehr. Weißt du, dass du frei werden kannst von jeder Sünde, die dein Leben plagt? Willst du wissen, wie? Ich bin so froh, dass du das wissen willst, weil Paulus sagt das sehr deutlich. In Titus 2, Vers 11 steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Vorher sagt er, bewahre dich selbst rein, habe ein sauberes Vorbild, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erretters. Der Zusammenhang ist, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Das heißt, Paulus sagt nicht zu den Christen auf Kreta, hör mal auf mit dem Mist, hör mal auf mit der Sünde, die jeder sieht, hör mal auf mit der Sünde, die keiner sieht. Das gibt Gott keine Ehre. Ja, das gibt Gott keine Ehre. Aber er sagt nicht, mach mal selber, dass du frei wirst. Sondern er sagt, die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist heilbringend für alle Menschen. Das heißt, er sagt, Gnade ist erschienen. Wer ist die Gnade, frage ich dich. Die Gnade ist eine Person. Ja, die Gnade ist Jesus Christus. Er ist uns erschienen. Und er bringt uns heil. Die Gnade ist erschienen, die heilbringt. Sie ist heilbringend für jeden Menschen. Gnade ist eine Person. Und dieser Person muss ich begegnen. Und wenn ich dieser Person begegne, bringt sie Heilung. Das heißt, egal was dein Angriffspunkt ist, egal was deine Schwäche ist, egal was es ist, was dir wehtut, was dich verletzt, wovon du nicht frei werden kannst. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Gnade, die dir erscheint, um dich zu heilen, sagt das Wort. Und dieser Person muss ich begegnen. Diese Person muss ich zulassen. Diese Person muss ich einladen. Und jede Abhängigkeit, jedes Laster, jeder falsche Umgang mit Alkohol, Drogen, Geld, dem Internet, den eigenen Gefühlen und was auch immer, ist die Folge des Einflusses der Finsternis. Du sündigst nicht, weil du so ein doofer Trottel bist, sondern du sündigst, weil eine Finsternis gegen dein Leben in den Kampf gezogen ist, um dich zu zerstören. Und das ist das Wirken Satans, das die Menschen kaputt machen will. Aber Jesus sagt, genug ist genug. Ich will, dass meine Liebe die Menschenherzen erreicht. Er sagt, ich habe dich freigemacht am Kreuz und jede Abhängigkeit, jedes Laster, jeden falschen Umgang mit Alkohol, Drogen, Geld, dem Internet und den eigenen Gefühlen, jeden falschen Umgang habe ich geklärt und er ist geheilt durch den Kreuzestod von Jesus Christus. Das heißt, er hat mich freigemacht. Das heißt, er bringt mir Heil. Das heißt, jede Verknüpfung mit der Finsternis ist eine Krankheit, ist eine Schwäche. Das kann Jesus heilen, wenn ich der Gnade begegne. Und der Gnade begegne ich nur, wenn ich der Gnade begegnen will. In der Bibel siehst du immer wieder Geschichten von Menschen, die gesagt haben, ich glaube, ich bin der Held, ich gehe ab. Und die dann doch versagt haben und die doch Fehler begangen haben. Und die Wahrheit ist die, dass jeder Mensch Fehler begeht. Aber das Krasse an Gnade ist, dass Jesus diesen Menschen begegnet, wie er am Boden seines Lebens liegt, am Boden kaputt und zerstört und verletzt und enttäuscht von sich selbst. Und Jesus begegnet dieser Enttäuschung auf Augenhöhe. Und er sagt, ich glaube an dich, mein geliebtes Kind. Er reicht uns die Hand und er führt uns hoch und er macht, dass wir widerstehen können. Die Begegnung mit Jesus ist das, was mich befähigt, frei zu sein. Deswegen sagt Paulus, es reicht völlig aus, wenn ihr der Gnade begegnet. Ihr müsst nicht erst drei Titel in Theologie haben, damit diese Stadt errettet werden kann, damit ihr effektiv predigen könnt, damit euer Leben dazu führt, dass Menschen zum Glauben kommen. Es reicht aus, dass du in deiner Schwäche zu der Gnade gehst und sagst, Gnade, ich brauche dich. Du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich will frei sein. Und wenn du das tust, dann sagt Gott, das reicht aus. Weil dann wirst du ein Vorbild. Weil, wenn du weiterliest, heißt es da in Vers 14, dass Jesus sich hingegeben hat, um sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, die Verheißung ist, egal was dein Leben schwer macht, begegne Jesus. Aber das funktioniert erst, wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass du sagst, ich will nicht mehr dies oder das machen. Ich meine, ich will nicht mehr. Und dann füll ein, was dir das Leben schwer macht. Und hör auf, dir das zurechtzureden. Hör auf, dir das richtigzureden. Ja, so, aber meine Frau, und deswegen ist das völlig okay. Nein, nein. Hör auf, dir die Sache zurechtzureden, damit du weitermachen kannst damit. Nein, suche dir Hilfe und begegne Jesus.